So, also Black Baron ist ja auch ein Techie, aber er ist kein, so ein Tech-Nerd, ne? Also es ist einfach nur so ein, ich guck mir was an, wie funktioniert das, wie und wie stelle ich mir das dann vor, ne? Das ist so Black Baron und der hat so ein Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Konzept irgendwie, so wird's gemacht, ne? Der hat das schon alles so im Kopf, so eine Chronologie, ne? So eine logische High-IQ-Chronologie, wie irgendwas gebaut werden muss, damit es auch am Ende gut funktioniert. Also der arbeitet noch an diesem Flight Controller, das ist ein ganzes Konzept, ne? Was dahinter steckt, das verstehen wahrscheinlich, so viele verstehen das nicht. Aber seine Idee ist ein Ecosystem, also das Wichtigste bei einer Fernsteuerungsanlage, ganz besonders bei sehr hochwertigen, fliegenden Kunstwerken, wo Menschen unheimlich viel Zeit und Arbeit investiert haben, damit es fliegt. Also das ist so seine Zielgruppe, ne? Für die entwickelt Black Baron immer gerne wieder eine neue Idee und eine neue Idee und eine neue patentierte Idee und noch ein Patent und noch ein Patent. Also der hat schon so viele Patente, der ist schon eigentlich schon so stinkreich, aber der macht sich nicht so viel aus. Der braucht jetzt nicht fünf Villen und zehn Apartments weltweit und Luxusjachten und Luxusschiffe und Jets und was weiß ich nicht alles. Weil so viel Zeit hat der gar nicht. Und deswegen, der Tag hat ja für Black Baron nur 24 Stunden, der kann sich gar nicht den ganzen Tag mit lauter Gadgets beschäftigen. Das sind ja alles Fremdfirmen, die er dann bedienen soll, ne? Also Black Baron arbeitet lieber für sich. Also das ist ihm wichtig, dass er für sich selber eine Idee entwickelt. So, wie stelle ich mir meine Traumfirma vor? Wie stelle ich mir mein Traumprodukt vor? Also die Traummitarbeiter, die fehlen alle, aber das macht ja nichts. Er träumt halt trotzdem weiter, um anderen zu zeigen, wie auch etwas anders laufen könnte. Also wenn man, das ist halt das, bei Black Baron ist das so, der ist halt der Chef, ne? Also er sagt, wie er sich das irgendwie technisch vorstellt und mechanisch. Weil ich habe ja niemanden über mir. Also ich muss jetzt niemanden Kratzfüßchen machen, mich dem Abteilungsleiter unterwerfen, mich dem Chef unterwerfen, mich dem Geldgeber unterwerfen, einen NDA-Vertrag unterschreiben und einen Mund halten für lauter Kokolores-Ideen, die sowieso nicht, die er nicht für gut hält. Also das ist, wie gesagt, diese Firma 1.0 Industries oder I.O. Industries, da gibt es hier diesen Flight Controller schon. Der ist soweit fertig. Da kommt noch ein Motorregler zu diesem Flight Controller. Also ein ganzes Ecosystem aus Flight Controller, Motorregler, Motor und Senderpult. Also Servos dann auch noch, aber die Servos sind auch wichtig. Aber als nächstes kommt erst noch ein Motorregler. Das ist so die wichtigste Komponente. Motorregler, also Flight Controller, Motorregler, Motor. Das sind so die drei wichtigsten Komponenten, die den Vogel in der Luft halten müssen. Und die Akkutechnik natürlich noch dazu, also vier Komponenten. Und das muss ein Ecosystem sein. Das muss sowas von, also mit Servos ist es genau eine Hand. Servo, Akku, also Akku, Servos, Regler, Motor, Flight Controller. So, und der Flight Controller ist ja die Funkschnittstelle. Und über den Flight Controller kann man praktisch über eine Funkverbindung, kann man einen Motorregler auch einstellen. Und was bei dem Black Baron Konzept so geil ist, dass man über den Flight Controller an den Motorregler rankommt. Dass man sozusagen, da gibt es dann auf dem Senderpult, gibt es ein Menü. Da sieht man, wenn man die Anlage einschaltet, sieht man die Komponenten, die da alle an den Flight Controller angebunden sind. Und dann wählt man einfach nur das Device aus, das man konfigurieren möchte. Und da gibt es auch unterschiedliche Menüpunkte. Ist auch ganz schön toll gestaltet. User Interface Designer ist ja auch noch der Black Baron. Und dann kann man praktisch über diesen Flight Controller, kann man den Motorregler noch einstellen. Also wie stellt sich zum Beispiel so ein Scale Pilot, wie stellt der sich einen Very Soft Motorstart vor. Also da kann man dann praktisch eine Kurve anlegen. Also der eine sagt, ich möchte eher eine Diagonale haben. Ja, dann läuft halt der Motor einfach nur gleichmäßig an bis zum Throttle Stick Input. Also es geht nur um diesen Motorstart. Soll der 5 Sekunden dauern? Soll er 10 Sekunden dauern? Soll es 15 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden? Dann kann man eine Zeit einstellen. Die Zeitachse. Und dann gibt es halt hier so eine Ansteigkurve. Also soll das eine Diagonale werden? Soll der gleichmäßig schnell anlaufen, der Motor? Oder soll er anfangs ganz leicht anlaufen und dann exponentiell schneller werden? Also bei Helikoptern ist das zum Beispiel ganz toll. Für Scale Piloten, die einen Helikopter haben wollen, der genauso wie ein MD 500 oder jeder andere Helikopter auch, wo sich der Rotor so ganz langsam andreht und dann... Na so, also das sieht toll aus. Und das kann man zum Beispiel dann über diesen Flight Controller in Verbindung mit dem Senderpult, was es dann noch dazu gibt, und den Motorregler einstellen sozusagen. Also das ist noch so eine richtig geile patentierte Erfindung von Black Baron. Also immer eine neue Idee, immer noch eins draufsetzen, so bis das Ecosystem dann stimmt. Aus diesen fünf Komponenten so geil, dass es dann richtig geil fliegt. Das ist Black Baron.